Wie viel Prozent seines Fiat-Geldes sollte man von seinem Konto investieren? Habe noch einiges rumliegen und möchte nicht, dass es noch weiter an Wert verliert. Also Rennschnitzel94. Erstmal cooler Username. Eine sehr, sehr wichtige Frage. Wo ist dein eigenes Risikobewusstsein? Das muss man für sich selber erkennen. Ich habe als Bankberater, ich habe ja Bankkaufmann gelernt, gelernt natürlich auch die Kunden genau das zu fragen. Wo liegt eigentlich deine Risikobereitschaft? Was bist du bereit zu investieren? Und hier gilt vor allem die Regel, investiere nur das, was du verlieren kannst. Das heißt Geld, was du wirklich nicht mehr brauchst. Es gibt Faustregeln, die ich aber auch nicht kenne, was die Prozentzahlen angeht. Ich denke, drei Nettoeinkommen sollten als finanzieller Puffer reichen. Vielleicht drei bis sechs Nettoeinkommen, je nachdem, ob du auch vielleicht ein Haus hast. Dann brauchst du vielleicht noch ein bisschen mehr Rücklage, um eben auf Unwägsamkeiten reagieren zu können. Und den Rest des Geldes kann man dann eben investieren, wenn man hier auch die nötige Risikobereitschaft mitbringt. Je weniger risikobereit man ist, desto mehr braucht man eher auch an Cashreserven, um eben auch für schlechte Situationen gewappnet zu sein. Aber man muss sich bewusst sein, dass dieses Geld über die Zeit einen Wert verliert. Nur wenn man weiß, hey, es kann sein, dass ich in drei, vier Monaten das Auto kaputt geht und wenn man das für sich irgendwie ein bisschen einkalkuliert, dann kann man nicht mit all seinem Geld in den Aktienmarkt oder sonst wo investieren, wo dann womöglich genau nach den sechs Monaten, wo man investiert ist, das Ganze nach unten gegangen ist, weil es gerade eine schlechte Marktphase ist. Dann steht man da und kann sich nicht mal mehr leisten, das Auto zu reparieren, was man eigentlich braucht. Also Geld investiert man nur, was man nicht braucht. Und dann kannst du diese Prozentzahl für dich selber festlegen. Wie viel von diesem Prozentsatz an Fiat-Geld brauchst du tatsächlich und wo möchtest du investieren und wie möchtest du dich dort aufstellen? Und hier ist nicht All in Krypto die Lösung, sondern wirklich ein breiter Warenkorb, je nach deiner persönlichen Risikobereitschaft und auch deiner Aktivität am Finanzmarkt oder eben auch am Kryptomarkt.